... noch auf den ersten Sieg. Leider hat er heute wieder etwas dagegen gehabt, oder? Du hast schon Impfschade jetzt, oder? Nur aufhalten, oder so? Nee, Alex. Der ist einfach zu stark im Moment. Ich bin so gut in jedem Rennen. Ich bin wirklich glücklich, weiter zu sein. Wieder hinter ihm. Manchmal weiß hinter Bert, dass er große Champions ist. Ich bin wirklich glücklich. Das freut mich. Dabei war sie vermutlich für sie auch nicht so einfach. Sie haben wen ausgelassen aus persönlichen Gründen. Aus familiären Gründen sind die hergekommen, haben sie dann schon die Muskel hier. Aber Kitzbühel, das ist so... Boop! 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 Ja! Jaaa! Das war's für heute.